Ja Leute, mein Name ist Oliver Sequenz und ich bin hier mit James Taylor für TaylorMade und ich so als Durchschnittsgolfer habe wahrscheinlich das Problem, dass auch viele haben. Mit den Eisen einigermaßen gerade, das funktioniert gut, aber wenn ich auf dem Tee stehe und einen Abschlag habe wie hier, rechts sind Bäume, dann kommt ausgerechnet der Fehlschlag, der Slice und der Ball ist weg. Was kann ich tun? Also ich kenne dich jetzt auch ziemlich gut, kenne dein Spiel auch und genau wie du beschreibst, die meisten Leute zu Hause haben das Problem auch, dass der Slice kommt. Da habe ich ein, zwei tolle Tipps für dich, aber ich habe hier auch den perfekten Driver für dich, der TaylorMade M2D-Type, der wird schon viel gut machen. Hau mal drauf, her damit. Also das wäre jetzt so meine typische Setup-Position. Also wir sehen hier bei Olli das, was ich bei ganz vielen Golfern sehe, die zu mir kommen, dass die Schulterlinie hier eher nach links zeigt und das wird helfen, dass man mehr von außen kommt. Die Schlagfläche wird dann offen sein und der Ball kurvt nach rechts, was ja genau Ollis Problem ist. Wir werden jetzt gleich die Schultern hier mehr zurückziehen, sodass sie hier gerade zum Ziel oder sogar leicht rechts davon zeigen, dass Olli mehr von innen kommen kann. Und ich helfe dir jetzt mal. So schaut das Ganze aus. Wir übertreiben es ein wenig. Und jetzt hau einfach mal drauf. Ja. Super Schuss. Viel besser, oder? Ja. Also hier kommen zwei Dinge zusammen, Olli. Zum einen die Schulterlinie, die wir jetzt korrigiert haben und zum anderen passt auch der Driver, weil ich den mal haben darf. Wir haben jetzt hier den Driver mit dem mit mehr Gewicht in der Ferse, sodass die Schlagfläche automatisch mehr schließt zum Treffen Moment hin und die nicht mehr nach rechts abhauen. Und zum anderen haben wir hier mehr Selbstbewusstsein für dich, dadurch, dass die Schlagfläche sieben Prozent größer ist. Und hier schön mit dem Schwarz-Weiß-Kontrast. Wie fandst du das? Ich habe mich getraut, voll zuzuhauen. Ja. Ergebnis passt ja auf jeden Fall für mich. Bei euch vielleicht auch. Einfach mal ausprobieren.